Hallo und herzlich Willkommen hier aus der Bibliothek in der Seniorenresidenz am Kurpark Wien-Oberla. Wo sind die Frauen? Im Alter von 60 plus verschwinden die Frauen immer mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung. Zwar steigt die Lebenserwartung weiterhin deutlich an, bei Frauen im Schnitt auf 84 Jahre, aber je älter Frauen werden, desto unsichtbarer werden diese im öffentlichen Raum, auf Plakaten, in Medien, im Fernsehen und in Filmen. Erschreckend ist, dass das Alter, insbesondere das der Frauen, als ästhetischer Makel, den es zu korrigieren gilt, dargestellt wird. Aber stimmt das alles? Mehr dazu in der April-Ausgabe des Residenz-Spiegels. Ein Gratis-Abo des Residenz-Spiegels können Sie jederzeit unter redaktion.seniorenresidenzen.co.at bestellen. Wir lesen uns in der April-Ausgabe des Residenz-Spiegels. Wir lesen uns in der April-Ausgabe des Residenz-Spiegels.